Hallo Leute! Ich heiße Roja. Ich heiße Maja. Ich heiße Matea. Heute machen wir einen Salat. Hallo Leute! Eine Ewigkeit später. Hallo Leute! Ich heiße Roja. Ich heiße Maja. Ich heiße Matea. Und heute machen wir einen Salat. Okay, also wir haben am Ende nicht etwa die Hefte davon verwendet. Aber ich sage trotzdem die Zutaten in der genauen Menge ohnehin. Zuerst 300 Gramm Chicken Nuggets, dann 400 Gramm Erbissen und 285 Gramm Mais. 800 Gramm Rote Bonin, 200 Gramm Rote Salat und Salat, 200 Gramm Spinat, 2 Karotten und 2 Zwiebelköpfe. Zuerst waschen wir den Salat und den Spinat. Dann mischen wir sie. Karotte schälen. Zwiebel schneiden. Karotte schneiden. Mischen sie alle und fügen sie rote Bohnen hinzu. Erbsen hinzufügen. Mais hinzufügen. Wir haben diese nicht als Teil der Zutaten aufgeführt, aber es ist nur ein Lido Gewurz und Salz. Die Chicken Nuggets hinzufügen. Wir haben gerade den Salat fertig gemacht. Jetzt mischen wir alles. Wir haben uns entschieden, den Salat mit Tortillas zu essen, aber er kann auch gut gegessen werden. Das ist alles. Danke für die Zuschauer. Danke für die Marco.